TORI 2 TV, das Branchenfernsehen. Mein Vorbild als Medienmacher? Da kann man sich ja als Beraterin mit einer Antwort nur in die Nesseln setzen. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Ideen, Kreativität, Struktur und das immer sehr angenehm. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Sie hat sich stets bemüht.